Weil irgendwie funktionieren die ME jetzt die Rezepte auf jeden Fall nie immer zusammen. Schauen wir, ob ich jetzt einen Generator bauen kann. Jetzt fehlt noch der Voranazer. Schauen wir, ob es geht. Wenn nicht habe ich ein Problem. Okay, Google ist mein bester Freund, das ist so Iron und Generator. Die 2 ist das, ne? Genetic, ja das muss ich mir unbedingt angucken. Passt halt so Windblades, was du so schaffst, dass du die antreiben kannst. Steel, Carbon, aber wenn wir erstmal Starr, wenn wir erstmal den haben, ist das ja okay. Wind. Das finde ich ja auch noch nicht mal. Wie heißen die denn? Wie heißen die Dinger, wenn die fertig gekräftet sind? Blades und Rotor. Okay. Rotor. Das wäre der. Halten die nicht, ja. Habe ich natürlich nichts, also brauche ich erstmal die. Dafür brauche ich 1, 2, 3, 4. Dann bräuchte ich das. Dann bräuchte ich das. Dann bräuchte ich so einen Schaft. 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 Und Metallformer. Metallformer. Äh, Metall. Warum immer so schwierige Rezepte? Könnt ihr euch nicht was Einfluss einfallen lassen? Nein, ich will doch keinen Hammer. Ich will die Dinger. Dann bräuchte ich die. Dann bräuchte ich die. Und dann bräuchte ich die. Komm. Rezept. Zack. Wo gibt's denn jetzt? Kann auch nur 32. Oh, IC2 ist echt nervig mit meinem Körper. Weil nichts mit dem einen kombiniert. Okay, der geht auf den. Ah. Stehe. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, für was die noch sind. Metallformer. Coils. Jetzt. Dafür machen wir jetzt auch 32, dann ist es bestimmt weg. Mal 34. Bitte. 1, 2, 3, 4. Hier nimm. Oh, auf die Metallformer. So, wieder einen davon. Könntest du jetzt bitte alles zusammenfüllen? Wow. Du hast es irgendwie geschafft. Jetzt bräuchte ich Iron Blocks. Iron Blocks. Damit kann ich auf jeden Fall nichts falsch machen. rein da. Nee. Doch, das bräuchte ich. Just do it. Guck mal wie schnell. Und was der jetzt wirklich macht. Ich will jetzt mal die richtigen bitte machen. Ja. Dann kriegst du die erstmal weiter. Ich kümmere mich nochmal um die Bienen. Oh, Industrial Kaufzeug. Ich krieg. Ich weiß nicht wie der Genetik funktioniert. Sag ich gleich schon. Null Ahnung. Wenn ich da überhaupt was rauskriege wäre, der F-F-F-Rosse wäre. Hammer. Aber das kann ich auch nicht versprechen. Wenn da was rauskommt. Ah, Genetik. Steam Wind. Ah, da brauch ich erstmal zwei Schafts. Also brauch ich erstmal so ein Ding. Zack. Und da brauch ich noch zwei Schafts. Vielleicht krieg ich es dahin, dass es funktioniert. Irgendwie. Selbst wenn das nur einmal rotieren kann. Ich weiß. Klingt glöd, aber. Genetik. Ich weiß, dass Genetik Energie ist. Ja. Tut das nicht zu schwer zu kapieren. Und irgendwas lädt grad bei mir. Ich weiß nicht. Sie seht das, ne? Irgendwas lädt. So. Wie lange hält das jetzt hier? Minimum, Maximum. Okay. Kenn ich. Kenn ich. Kenn ich. Kenn ich. Kenn ich. So mal. Glas. Äh. Glasfieber. Kann ich nicht bauen. Kann ich gerade nehmen. Victoria. �積ut. Das verschειαst kann ich nicht. Hat ich jetzt neulassen. Hast du glaub ich? Und ich muss selber entscheiden. Glasfieber Kann man das irgendwo ja auch gucken, wie das funktioniert oder so Weil die machen nur Glasfieber und das Ding Ja, wie viel machst du denn in der Vor allem muss ich eine Bad Box erstellen Eine Box MF MF S Oder MF F C Eine MF E Okay, für immer erstmal die Goldkabel Wollen ja gleich was fettes herstellen Ich habe keine Goldkabel Eine MF E Machen wir jetzt erstmal Oh man Kompressor Kompressor Beruhigen Flash Kompressor 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 So, ich muss ja die ein bisschen herstellen. Geht das denn ganz einfach wahr? Ach ja, das war ja für die Steine. Stimmt ja. Clean. Das heißt, das sind nur stone. Warte, habe ich noch eine Ausführung gehabt. Kompressor. Redstone. Diamant. Machen wir so. Ja, ich muss erst mal die Maschine ein bisschen so anschließen hier oben. Provisoisch. Das funktioniert etwas. Lass sie noch. Ja, lass sie noch ein bisschen. Schauen wir mal kurz mal bei den Bedienen. Bedien vorbei. Bedien, 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 bedien. Was brauche ich jetzt? Die Prime, ich habe noch keine rausbekommen. Oh, oh. Ich glaube, das ist so ein One-Ding ist. Aber es ist egal, wenn ich eine von einen habe, ist okay. Wir werden eh die höheren haben. Aber die andere werde ich dann halt ausgeben, vorproduzieren und mir auch Gedanken machen zum nächsten Ding. Dass ich da alles ein bisschen offen habe. Okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir. Boah, ich war eigentlich mal gucken, dass das hier fertig wird, ne? 1. Die sind noch nicht mal stackable. Muss ich die aufladen? Klar, das war mein Werkzeug auf. Brauche ich auch mal ein bisschen. Okay. Passt schon. Mal das mal. Gold. Kabel. Habe ich auch nicht. Stack. So. Nein, woher ist das? Die. Stack. Schau mal die. Alles klar. Mf. 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 Okay. Okay. Okay, okay. Das ist super. Zwar ein bisschen fertig sind die Kristalle. Eins. Mach die Aktion unten flitzen schon mal zweiten einfügen. Die anderen beiden holen wir da zum Schluss. Hui. Und hoch. Und dann hoffen wir, dass es funktioniert. Weil dann werde ich da oben schon mal das versuchen laufen zu lassen und gucken, ob es wie gesagt funktioniert. Kann man denn... Man kann nur einen machen. Was muss ich denn da nochmal haben? Da ist irgendwie noch ein Block hinter, den ich aber nicht kenne. Ich mach mal kurz dieses kleine Tutorial an. Kein Sound. Hör mal rein. Das sind die Alten. Das ist klar. Aber die Genetics. Genetik. Ich wünsche Ihnen weiter. Gibt es da jetzt irgendwie eine Tutorial für? Bitte keine Sounds. Rotoblöttern haben wir auch. Ja, wo steht? Weil der hat zwei Blöcke. Oh, da hat er was gerade angezeigt. Okay. Genetic Generator. Und ein Genetic Wind Generator. Okay. Das kriegen wir aber hin. Okay. Lust, 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 lust. Ja. Genau. Okay. Wirklich.